Ich weiß nicht, ob man so einen Rassismus aus Leuten rauskriegt, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass man sie auf ihre Kommunikation hinweisen kann und dass sie vielleicht mehr merken, was sie mit dem, was sie aussagen, bewirken können. Ich kenne kein Patentrezept, wie man das richtig angeht, aber für mich hat es sich in den Punkten richtig angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass auch von den Menschen, gerade die, die sich entweder entschuldigt haben oder entgegenkommen, gezeigt haben, da hatte ich schon das Gefühl, dass es sich lohnt. Ich glaube, aktuell finde ich es persönlich wichtiger, Brücken zu bauen, als noch mehr einzureißen. Vielen Dank.